es der wird reise ich habe auf jeden Fall jungen ich muss jetzt mal die Donnerkanon irgendwann mal punchen ja aber wie es aussieht doch ist es eigentlich noch gar nicht weil ich noch vor viel Monat und so alle Monat und sobald wieder weg so krank ja das geht schnell und kommt schon wieder weh hier 24 Schuss habe ich noch okay ist unten frei da kommt ein Zombie Shit jetzt ist frei schnell Monika oh nein da kommt ein Zombie oh nein oh nein schaffst du es ich muss zu dir kommen ich muss zu dir kommen ich fäll immer warte ich mach die Falle hier gut die facken alle ab nice gibt es bei dir irgendwie die Waffe zu kaufen bei dir ja ich glaub die haben 16 warte mal kurz ich schau mal nochmal äh du musst aufpassen gell warte mal ich mach halt das Toilette an ja ich weiß nicht wo es hier was zu kaufen gibt ich hab keine Muni mehr nicht nie hat er du musst durchhalten ja oben bei Start of Hand gibt es die Dings aber das ist gefährlich wirklich gefährlich da doch so Gänge zu gehen ist echt gefährlich egal ich gehe wieder zurück und muss sogar auf MP5 zu holen oh ich hab's geschafft vorbeizukommen und so eine Muni holen komm FFFF oh mein Gott was will der hier irgendwie voll geil so eine Herausforderung hey so mit einer Waffe nur oh jetzt wird's eng und JV jetzt geschafft bei mir ist noch ein Crawler kommen bei dir noch welche ja das sind noch 20 okay also bei mir war das jetzt fast der letzte ich hab nur noch 90 Schuss das ist bei mir der letzte ja lass dir mal neben mir ja ich hab mir keinen Muni gekauft und mir gleich wieder neue Muni kaufen das kommt immer mehr ey ist so krank ich muss ich wieder Muni kaufen ey jetzt kommt immer mehr von dir ey sei nicht normal oh 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 ich glaube ich komme zu dir wieder ja ich muss dich wieder besuchen kommen weil ich hab's für die Falle oh mein Gott oh mein Gott sind wir die noch welche oder ne nur noch ein Crawler okay was auch da kommen wir hier hol dir mal die okay sind ja bloß 2 oder ne ja was auch da kommen noch welche von links kommen auch noch hin ich halte einen Crawler wegen hin ja du musst du auch passen mal kurz also hinter den händen ist auch versagt weg erkenne dich nicht okay okay oh von hinten kommen auch welche ja ich sehe es ja ich glaube immer ein Kreis hier ja warte mal oh ist grad gefährlich ich geh mal weg hier mach du das mal du gehst mal wieder zurück ja oh ist frei glaube ich ist frei das wäre ja abgefahren geil oh mein Gott ist es frei ist es frei hier ist der letzte Zombie glaube ich Juhu Herr Muni letzte Zombie bei mir sind noch welche bei mir kommt keine mehr Crawler wär jetzt geil ach so ein Crawler ne ne ja ich hab'n Crawler ach so ok da kann ich dich schön ja ja ich hab'n gedacht down ey hui geh mal zur Kiste wo ist er eigentlich ist jemand vorhin immer noch drüben bei der AKO komm die noch mit 30 haben wir schon so gut wie geschafft außer wir sterben jetzt an den Crawler ja das wär krass ey komm jetzt gib mir die Waffe ich kaufe mal einfach mal die Claymos aus Spaß ja komm komm Ende alle ich hab'n jetzt ab erdbeben ich trink' mal was ich hab'n jetzt ewig nichts mehr getrunken soll ich spaß nehmen nö kommandos besser warte mal warte mal ich war noch 20 Punkte dann könnte ich mir nochmal ne Dings kaufen Kiste ähm Haller wo sind die Fenster alles noch offen ey gibt's doch gar net irgendwo wird schon was sein ja alles zu offen wäre wegen unlogisch ah hier 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 ok passt heller du und dein Geld hier ey Junge Junge komm jetzt jetzt hab ich den Segen des Tittenfisches und ja man jetzt komm 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 oh ey einfach vor Gott naja jetzt wird's schlimm ach das schaffen wir schon unser nächstes Ziel 35 nein 31 Töne von mir wo ist die Arschgeburt da ist er besser Lotte h hier schnell was trinken ach Gott ist voll anstrengend ok mhm du solltest dich beeilen weil die können wir jetzt gleich mal angewandt kommen wiuuuu level 30 hm die magische Zahl eieiei mein Rekord ey schon längst überboden hier ja ja fast das doppelte 36 ist es ne 34 ist doppelte ja ein Magazin von der Kommando getöteten Zombie nice mhm aber es so geil das Hüfte zu Sprainer mit der mh ich habe noch mal nicht schlecht oder ja 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 ich will nicht noch mal diesen hier nee das schau mal fleckigen Gäste weiß raus farmers jung naja ball ist die greife was will ich mit dem g11 scheiße ich bleibe bei der farmers jetzt die kiste weg scheiße all die muni geht weg mir nicht sein ich kras und ich habe sie doch 20 schüsse oder so in der wahl in gottmode er hat 4000 gemacht nur auf fast er ist da gewesen ich habe fast ein fehler gemacht oh nein ich muss runter und muss mir holen aber da können wir ja ich gar weiter im kreislaufen ist freies noch eine kommen jetzt der todbringer es gibt doch gar nicht immer nicht und auch willkommen wieder mehr zumbies aus davon so ist wieder hochkommen ich bin so genial krass ich habe nur noch genau 80 schuss mit der rei kann ja was mit der donnerkanone acht schuss ja komm level 31 schaffen ja dann will ich auf jeden fall im nächsten mal jetzt irgendwann ja in letzter zeit sind irgendwie die dinger oh mein gott ich musste von meinen trade runter oh gott was mache ich was mache ich ich muss zu dir kommen ich aktive die falle ich kann ein paar schrauben ja jetzt wenn ich die kommando ich dann punchen würde dann beheilig aber kommt da kommen wir auch zombies von pannstern also pass auf ich glaube das ring